Hallo liebe Fußballfreunde! Wir starten in eine neue Runde mit unserem EM-Orakel. Im 8. Finale geht es gegen die Slowakei. Wir haben die deutsche Flagge und slowakische Flagge ausgedruckt und in kleine Puzzleteile zerschnitten. Jetzt lassen wir sie von Kindern wieder zusammensetzen. Das Land, dessen Flagge zuerst wieder ganz ist, wird das Spiel gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Alter, der Fortgeschrittene oder was? Warum hat ihn nur so wenig? Voll unfair! Ja! Fertig! Und wer? Ist das eigentlich gemein? Das war eindeutig. Wir glauben an einen Sieg von Deutschland und vielleicht trifft Götze ja dieses Mal. deswegen geht es auch noch ein tolles Teil. Jetzt passt das!